Hallo, du musst deine Leute schon im Griff haben. Ey Mario, Einsatz. Nein, das machen die nicht mit uns. Negativ, hör mir doch mal zu. Moment. Warte mal, ja? Haben Sie nicht gesehen? Siehst du rot? Ja, okay. Nein, 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 nein. Es ist nicht okay. Es ist nämlich verboten. Sie haben die Gesetze gebrochen. Ich habe das Gesetz gebrochen. Sie haben gebrochen. Ich habe das Gesetz gebrochen. Was ist jetzt meine Strafe? Wir wollen heute nicht so streng sein. Es war nur eine mündliche Verweinung.